Gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das Unternehmen in der Familie halten. Jungen Menschen eine Perspektive geben. Leistung, die bewegt. Jeder Unternehmer hat seinen eigenen Antrieb, den er verwirklichen möchte. So unterschiedlich wie die Ziele sind auch die Bedürfnisse jedes Unternehmens. Deshalb ist es umso wichtiger, geeignete Pläne zu finden, die Sie bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben unterstützen. Profitieren Sie als Unternehmer von dem, was uns auszeichnet. Mit unserer genossenschaftlichen Beratung, dem Unternehmerdialog, stellen wir Sie und Ihre Firma in den Mittelpunkt. Wir verstehen uns als Ihren strategischen Partner. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach passenden Lösungen für Ihr Unternehmen und entwickeln Ihre ganz persönliche Finanzstrategie. Dabei unterstützen wir Sie kompetent und auf Augenhöhe in jeder Unternehmens- und Lebensphase. Wir begleiten Sie bei Investitionsfinanzierungen, bei Ihrer betrieblichen Altersvorsorge, bei der Organisation Ihres Zahlungsverkehrs, beim Managen Ihres Vermögens bis hin zur Unternehmensnachfolge. Wir wissen, dass betriebliche und private Angelegenheiten oft eng miteinander verbunden sind und berücksichtigen dies in unserer Beratung. Unsere Firmenkundenberater stammen aus der Region und suchen die Nähe zu den Kunden. Als Bank im Herzen der Altmark sind wir mit der regionalen Wirtschaft vertraut. Unsere Spezialisten sind persönlich für Sie da und stehen Ihnen gerne mit Ihrem Know-how als Ansprechpartner zur Seite. Wir sind seit über 155 Jahren in der Altmark verwurzelt und betreuen deshalb viele Unternehmen bereits seit ihrer Gründung. Ganz nach dem Motto, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind, ob als kleiner Betrieb, Landwirt oder als großer Mittelständler. Unsere Beratung orientiert sich an den genossenschaftlichen Werten, wie gegenseitiger Respekt, Vertrauen, Transparenz und Partnerschaftlichkeit. Diese bilden das starke Fundament unserer Arbeit und zeichnen unsere genossenschaftliche Beratung aus. Lassen Sie uns Ihr Unternehmen gemeinsam erfolgreich in die Zukunft führen.